Die Theoriestunden in der Fahrschule langweilig und zum Einschlafen? Nicht bei der Fahrschule Teamwork in Hennef, Trostorf und Bergisch Gladbach. DVD, Videobeamer und interessante Gruppenarbeiten mit praxisnahen Beispielen machen den Unterricht zu einem Erlebnis. Die Fahrschule Teamwork bietet einiges, vor allem aber professionellen und qualitativ hochwertigen Theorie- und Praxisunterricht. Fahrschule Teamwork. Führerschein machen. So einfach, so schnell, so gut. Das Naturschutzprojekt Chance 7 ist jetzt auch online zu finden. Im Kreishaus in Siegburg stellte Kreisumweltdezernent Christoph Schwarz zusammen mit Projektleiter Georg Persch die neue Informationsplattform der Aktion vor. Wir wollen ja mit der neuen Internetseite, gemeinsam mit der neuen Broschüre, auch Lust machen auf das Projekt. Wir wollen das Projekt bekannt machen, wollen aber auch Informationen liefern. Chance 7 ist ein Naturförderprogramm für den Rhein-Sieg-Kreis. Das Ziel, die Wahrung von Biotopen außerhalb der bebauten Orte. Damit sollen in Zukunft gefährdete Tier- und Pflanzenarten wieder stärker vertreten sein. Wo genau das passieren soll, findet sich auf der neuen Internetpräsenz. Das Projekt befindet sich aber noch in der Planungsphase. Wir haben in 2011 und jetzt in der ersten Hälfte 2012 im Wesentlichen fachliche Erhebungen durchgeführt, draußen im Gelände, aber auch sehr viele Unterlagen gesichtet. Und die münden jetzt in eine Maßnahmenplanung, die wir den Bürgerinnen und Bürgern jetzt ab Anfang 2013 auch vorstellen wollen und über die wir mit ihnen auch sprechen wollen. Maßnahmen bedeuten hier aber nicht, dass diese auch durchgeführt werden müssen. Es ist nur eine Förderoption. Im Endeffekt liegt die Entscheidung immer noch beim Grundstücksbesitzer. Wenn wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in diesen Dialog eingetreten sind und wir eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, was die spätere Umsetzung angeht, dann wollen wir mit ersten Projekten voraussichtlich Ende 2013, Anfang 2014 auch starten.